Es war ein aufreibendes Leben, das sich zwischen meinem Züricher Pflichtenkreis, dem Lazarett in Singen und der Fabrik in Tuttlingen führte. Wenn ich von Zürich nach Singen und zurückfuhr, so benutzte ich ein Automobil. Den Wagen steuerte mein damaliger Chauffeur, Herr Haseneder. Es passierten auch spaßige Dinge in jener Zeit. Eines Tages hatte ich drei Kandidaten der Medizin zu examinieren. Unmittelbar vor der zum Examen angesetzten Stunde erhielt ich einen Anruf aus Singen, mein sofortiges Erscheinen im Lazarett sei notwendig. Ich war in der Zwickmühle. Meine ganze Position war eine ewige Zwickmühle. Hochschulprofessur in einem neutralen Lande und deutscher Sanitätsoffizier. In der Universität machte ich den drei Studenten den Vorschlag, sie sollten im Automobil mit bis zur Schweizer Grenze kommen. Während der Fahrt war doch hinreichend Zeit, die Kenntnisse der drei Studenten zu überprüfen. Die Rückreise nach Zürich mit der Bahn würde ich ihnen bezahlen. Die Examenskandidaten waren schließlich einverstanden. Wir stiegen ein und fuhren ab. Nun lagen irgendwelche Sachen im Auto. Wir saßen beengt. Den ersten Kandidaten ließ ich neben mir auf dem Rücksitz Platz nehmen und begann ihn auszufragen. Nach einiger Zeit glaubte ich mir über sein Verhältnis zur medizinischen Wissenschaft klar geworden zu sein. Es kam mir vor, als seien diese Beziehungen reichlich locker und nicht von ernsthaften Ansichten gestützt. Und weil wir gerade durch einen Ort fuhren, befahl ich Haseneder zu halten und sagte zu dem Kandidaten, »Also, ich muss Ihnen leider sagen, Sie sind durchgefallen. Ihre Kenntnisse genügen nicht. Wir haben es hier im Wagen etwas eng. Bitte steigen Sie aus und fahren Sie mit der Bahn zurück.« Der Kandidat, zerschmettert und überwältigt von seinem Missgeschick, tat wortlos, wie ich ihn geheißen, und stieg aus. Ich platzierte den zweiten nach hinten, fand ihn wie den ersten unzulänglich und als wir wieder durch einen Ort fuhren, eröffnete ich ihm dasselbe wie dem ersten und er stieg ebenfalls aus. An der Grenze angelangt, hatte ich auch den dritten Kandidaten negativ erledigt. Am späten Nachmittag fuhr ich zurück. An der Grenze stand der Student, den ich dort abgesetzt hatte, und bat mich, mit nach Zürich fahren zu dürfen. Er stieg ein. Und wer beschreibt mein Erstaunen? Die beiden anderen Studenten, die ich an zwei verschiedenen Orten abgesetzt hatte, standen noch dort, wo ich sie rausgeworfen hatte und wünschten dringend, wieder mit nach Zürich genommen zu werden. Zu viert fuhren wir also wieder in dem Trautenverein zurück und hielten in der Florhofgasse vor meinem Haus. Dort hielten die drei mir eine Ansprache. So gehe das nicht, sagten sie. Der eine Student meinte, im Auto werde er immer seekrank. Dafür hatte ich viel Verständnis. Der zweite begründete sein Versagen, damit Haseneder führe so schlecht, dass er Angst um sein Leben gehabt habe. Und der dritte sagte mir klar und deutlich, ärztliche Handlungen würden auch nicht in einem fahrenden Automobil vorgenommen. Infolgedessen seien ärztliche Examiner in so einem windigen Fahrzeug auch nicht erlaubt. Sie traten mit mir in mein Haus und ließen sich in meinem Wohnzimmer nieder. Dann gaben sie geschlossen ihre Absicht, in einem geschlossenen Raume und bei nächtlicher Ruhe das Examen noch einmal abzulegen. Diese drei Kandidaten waren mir über. Als der Morgen graute, hatten sie ihr Examen bestanden. Dann gaben sie den Auftrag. Trinken verloren. ternak